So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich will mal ein kurzes Lückenvideo für heute aufnehmen. Heute ist der 7.12. Ich muss dann das Muttertier abholen, denn ihr wollt morgen auf den Erfurter Weihnachtsmarkt gehen. Da muss ich mal gucken, ob ich überhaupt mal ein Raid machen kann. Gleichzeitig ist jetzt hier ja dieses Entlang-der-Routen-Event, wo man neue Freundschaften schließen soll mit Matteo. Matteo ist der Körper, den ihr hier seht. Ich bin der Kopf von Matteo. Also eigentlich müsste man ein Stück so gehen, dann würde das perfekt passen. Habt ihr schon Matteo angetroffen? Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, sie treffen den nicht, das geht gar nicht. Drecks spielt schon wieder, blödes Feature braucht kein Mensch. Ich bin gestern einer einzigen Route gefolgt. Der ging 500 Meter lang. Und am Ende stand da einfach Matteo und hat gesagt, hallo, willst du ein Geschenk tauschen? Okay, bitteschön. Und habe dann eins irgendwo aus Kanada bekommen von ihm. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht hatte ich einfach nur enormes Sauglück oder die Leute machen irgendwas falsch. Keine Ahnung. Normalerweise weiß man ja am Ende, gibt es dann vielleicht eine Zygarde-Zelle. Da stand eben Matteo da und hat mir eine Brezel gebacken. Das hat so gepasst. Es gibt eine Forschung bei Spezial, die vier Seiten hat, wo man eben Matteo begegnen soll, weil ich das eben gestern Abend mal hatte. Bin ich jetzt auf der zweiten Seite. Da ist auch einiges fertig. Gleichzeitig habe ich hier auch viele Sachen fertig, die ich jetzt alle abholen möchte. Und vor allem im Heute-Tab gibt es ja diese befristete Forschung, die auch entlang der Routen jetzt in der Zeit da ist. Da möchte ich auch mal abholen, um da rein zu gucken, was da drin ist. Denn das endet in einem Tag sieben Stunden. Also wenn ich wahrscheinlich noch unterwegs bin in Erfurt und so, möchte ich das jetzt einfach abholen. Diesmal gab es ja kein Ticket. Mir wurde kein Ticket geschenkt. Musste ich also auch keine Forschung extra abfilmen draußen. Mir Stress machen. Konnte einfach nur nebenbei spielen oder Gottscha laufen lassen. Und möchte trotzdem jetzt die fertigen Sachen mal hier im Video abholen. Was ich noch machen möchte, ist aber ein Glücksei zünden. Ich habe so viele. Ich habe noch neun Stück und die brauche ich eigentlich alle nicht. Glücksei zünden. Dann mal hier rein. Dann mal abholen, was wir hier haben. Hier ist ein Volli drin mit 296 WP. Wir haben fünf Sanana-Bären. Die sind wichtig. Die muss ich momentan alle in Arenen füttern. So. Weil ich ja die Bärenmeistermedaille pushen muss. Dann haben wir einen Parmo. Dann haben wir hier einen Barschwa. Was ja jetzt auch in einer Rampenlichtstunde war. Die habe ich übrigens gar nicht gespielt. Die habe ich einfach komplett ausgelassen. Dann haben wir einen Rauch. Dann haben wir einen Sneebel. Was momentan Showcase ist. Haben wir andere Bälle? Ne. Nehmen wir es halt auch mit Pugeball mit. Es wird schon drin bleiben, oder? Es ist drin geblieben. Dieses Hisuis-Nibel kann momentan Shiny sein. Das könnt ihr aus Eiern brüten. Also aus sieben Kilometer Eiern. Ihr könnt es aus Feldforschungen bekommen. Die lautet, tausche einen Pokémon. Oder ihr könnt es eben hier in dieser super genialen, super genial Forschung bekommen. Gleichzeitig will ich kurz mal bewerten, was haben wir jetzt hier gemacht. Achso, hier seht ihr. Ich habe einen Skaluk gebrütet. Ist das nicht cool? Da habt ihr mal einen aktuellen Stand, wie es bei den Shinies und so vorangeht. Aber die fünf Sachen, die wir jetzt hier haben, möchte ich kurz bewerten. Wolli, schlecht, 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 schlecht. Alles ist schlecht. Ich kann mir den Pokédex-Eintrag holen, aber von Wolli ist ja wichtig. Ich brauche auch Platin-Medaillen, dass ich den Pokédex vervollständige. Was ich entwickeln kann, entwickle ich. Wenn es neu ist, damit es ausgefüllt ist, dann muss ich mir nichts tauschen. Ansonsten sind mir momentan IV relativ egal, Shinies egal, Hunderter egal. Man spielt halt jetzt ganz anders mit dem Free-to-Play-Account. Ich entwickle das durch. Ich werde das dann wahrscheinlich wegschmeißen. Aus Platzgründen wieder. Aber neuer Pokédex-Eintrag. Wie sieht es überhaupt im Showcase aus? Sieht man ja ganz unten. Ich bin immer noch auf Platz 1. Ich habe einmal ein Hisui-Sniebel gesetzt. Zweimal ein normales Niebel. Das 95er, was da ist. Das hat mir Hannes getauscht. Das war so fett. Das konnte ich setzen. Bin auf Platz 1. Das andere ist auch getauscht. Und Hisui-Sniebel ist das einzige, was ich hatte. Ich hatte nur ein einziges Niebel und das war ein Hisui. Aber passt so. Finde ich schade, dass es das nicht wild gibt. Denn normal ist man gewohnt bei den Showcases, dass ja alles wild verfügbar ist. Und man da einfach mitmacht und dann passt das. Jetzt holen wir hier mal ab Bälle. Wir holen hier Erfahrungspunkte ab. Hier ist auch nochmal ein Wolli drin. Vielleicht wäre das ja besser gewesen als das andere. Aber wie gesagt, es geht um nichts. Wir holen das einfach nur so ab. Also ich finde es schön, wenn Showcases sind, dass das Showcase-Pokémon in der Wildnis verfügbar ist. Wenn die Showcases nicht so lange gehen und man einfach ein paar fängt und dann Glück hat. Der Showcase jetzt geht wieder relativ lang. Zieht sich komplett über, ich glaube, 5 Tage oder irgendwas. Und ja, du müsstest halt Eier brüten oder Feldforschungsaufgaben machen. Und es ist halt wieder komplizierter und ein bisschen versteckt. Brüte ein Ei aus, dreh 15 Pokestops, schließe 5 Feldforschungsaufgaben, tausche 3 mal ein Geschenk mit Matteo am Ende deiner Route. Habt ihr schon Matteo gefunden? Schreibt es rein. Das werde ich irgendwann in Ruhe abschließen. Werde jetzt aber hier das vor allem weitermachen. 3.500 Erfahrungspunkte kann ich hier abholen. Ein Sprung in der Zeit, 6 von 8. Kommt da dann noch Begegnung mit? Was kommt denn da rein? Celebi oder so. Hier kann ich nochmal 4.000 abholen. Das machen wir jetzt auch gleich mit. 40 Pflanzen-Pokémon und das ist schon wieder alles durcheinander. Ein tausendjähriger Schlaf. Jetzt fängt das an. Ein tausendjähriger Schlaf, eins von sieben. Müssen wir auch mal in Ruhe fertig machen. Das haben wir abgeholt. Dann haben wir hier, Route zu Freundschaften haben wir gerade vorgelesen, Teamplay. Ich kann endlich die letzte Aufgabe, das letzte Kapitel vom Teamplay abholen, wo wir ja letztens ein schönes Blitzer-T-Shirt bekommen haben. Jetzt ziehen wir uns hier dann noch das Flamara-T-Shirt raus. Danke an die Leute, die beim täglichen Raid immer mitmachen und dadurch eben die Teamaufgaben gepusht haben. Ich versuche da ja immer ein Team zu erstellen. Das ist jetzt auch fertig. Hier kriegen wir noch einen Flamara raus, denke ich. Plus eben das Flamara-T-Shirt. Vielleicht werden wir das Flamara-T-Shirt auch gleich anziehen. So. Flamara ist auch eingetütet. Was haben wir jetzt hier noch? Zum Abholen bei der Meltan können wir noch zweimal Erfahrungspunkte abholen. Hier noch ein Metallmandel, noch ein paar Bär, noch ein paar Bälle. Können auf die nächste Meltan-Seite. Ich weiß nie, wie ich das machen soll, weil alles so wild durcheinander ist. Kämpfe 45 Mal in der Go-Kampf-Liga. Bin ich immerhin schon bei 2. Level 43 Herausforderung. Da können wir noch was abholen. Staub und Bären und 3 Raid-Pässe. Muss ja momentan die Raid-Medaille pushen. Für 150 verschiedene Raids. Daher kommt mir das ganz gelegen, wenn irgendwo was im Raid ist, dass man halt jetzt auch 1er und 3er Raids macht. Ist halt schade für die, die immer einen 5er in der Raid-Gruppe von mir gesehen haben, haben mitgemacht. Die müssten jetzt für eine Interaktion bei einem 1er Raid mitmachen. Oder eben auf die Interaktion verzichten. Oder bei PvP mal was machen. Oder wie auch immer. Es sind harte Zeiten in Pokémon Go. Hier holen wir auch noch was ab. Das war wieder was von der Zergade-Forschung. Da drücken wir uns auch durch. Bla, bla, bla. Gehen jetzt bis runter. Gehen aber trotzdem nochmal hoch. Sehen Sie, bei Zergade sind wir eigentlich komplett fertig. Können also den Rest hier auch abholen. Dass das wenigstens geschlossen ist. So, und genau. Könnt ihr nochmal gucken, was bei mir hier offen ist. 43 großartige Curveball-Würfe. 43 Pokémon entwickeln. Oh, schon wieder entwickeln. Verschicke 430 Pokémon. Ja, das kann 5 Tage dauern. Ich glaube, wenn man nur 100 dich verschicken kann. 100 dich tauscht, 100 dich versteckt, 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 versteckt und so. Entwickel ein Traumado. Fang ein Tragosso. Entwickel ein Sichlor. Gibt es auch wieder Raid-Pässe, weil die Leute immer sagen, wo hast du so viel Raid-Pässe? Ich denke, du bist Free-to-Play. Guckt euch doch die Spezialforschungen an. Da gibt es so coole Sachen. Und wenn ihr jetzt frisch anfangen, kriegt ihr ja trotzdem diese ganzen Spezialforschungen, wie eben ich auch. Ein 1000-jähriger Schlaf. 25 Pokémon fangen. 10 Stops drehen. 3 neue Freundschaften. Da kann man 3 Leute, die man hat, löschen. Und direkt wieder hinzufügen. Das zählt auch. Ein Sprung in der Zeit. Da müssen wir noch fertig machen. Ein fabelhafter Wurf. Hier, Staub. Komm, nehmen wir mit. Die Freundschaften. Und die Kampf-Liga. Ähm, einen fabelhaften Wurflanden. Schaffen wir das vielleicht hier? Hey, bei diesem Wolli. Na, wir haben daneben geworfen. Warum habe ich aber ein Glückseier angemacht? Da ist doch jetzt gar nicht so viel Zeug dabei gewesen. Komischerweise vibriert das Handy auch. Das ist bestimmt dieses Haptische, was da eingestellt ist. Was ich fast vergessen hätte. Ich muss trotzdem mal kurz hier bewerten. Weil dieses Wolli war noch aus der Forschung. Das Fleck-Noil, das Knogger und das Flamara. Gut, die sind alle schlecht. Ihr seht, das ist richtig schön durcheinander alles hier. T-Shirt wollte ich noch wechseln. Schrank. Schrank rein. Oberteile. Flamara-T-Shirt. Da ist es. Das ziehen wir an, um zu zeigen, dass wir heftig der Boss sind. Das passt jetzt auch zum Ignivore. Das ist ja auch ein Feuer-Pokémon. Und warum ich eigentlich das Ei angemacht habe. Ich habe jetzt so viele Leute hier, die Stufe 2 aufsteigen. Das macht man ja einfach so. Stufe 3 und 4 zum Sea-Day. Stufe 1 und 2 kann man so machen. Die möchte ich hier kurz mal zeigen, wer da ist. Wir haben mal den Agent Anton. Wir haben den Ei-Gulf. Wir haben den Bi-Samuel. Wir haben Blondbar-Zockt-Nisch. Wir haben Kohlemann. Der war aber gestern online, der Blondbar-Zockt. Ist der Account wieder da? Don McFock. Hammer hier. Dann haben wir Flexmann. 009. Ist nämlich wichtig, dass ich die irgendwann mal abhole. Am Sea-Day wäre das zu viel mit den ganzen Dreiern. Yo-Champ 07. Liener der Katz. Und so kann ich mit denen jetzt auch weiter leveln wieder. Ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, wem ich Geschenk schicken soll. Weil die meisten eins haben. Mia, Pascal. Also muss ich die mal öffnen, dass ich denen auch wieder was schicken kann. Dass wir auch weiter gehen bis Stufe 3. Die man dann wieder am Sea-Day öffnet. Scheinefreund. Silja. Untergangsgott. Ja, VW, ne. Ist eindeutig, was da steht. Dann hier J-Level. Xenturia. Das gibt auf jeden Fall richtig schön Instinkt nochmal mitgenommen. Und dann sind wir hier durch. Und könnten... Ja, was können wir denn noch? Wir können noch auf... Stufe 1 ist glaube ich noch. Hier. Carlo Matik ist noch dabei. Stufe 1. Den holen wir auch noch ab. Das war es dann von meiner Seite aus. Jetzt fliegen mir hier die ganzen Punkte noch durch. Leider ist die Season nicht mehr da, wo es dann 35.000 Punkte gab für Stufe 1. Das ist wurscht. Schaffen wir jetzt unseren einfach fabelhaften Wurf noch hier. Vielleicht beim Capoeira. Der zappelt so rum. Hätte ich mir was anderes rausgesucht. Einfach fabelhaften Wurf. Ah, das ist so eklig. Das vibriert immer zu dem Ball dazu. Der Turin würde sagen, das möchte ich nicht. Deswegen. Das muss ich irgendwie ausstellen mal. Dieses Haptische. So, das war auch wieder nix. Das war Jorclef. Jorclef ist nix. Und kommt raus. Perfekt. Jetzt flieht er auch noch. Das merkst du schon. Die Vibration sagt schon, was los ist. Eigulf, du bist der Boss. Was sitzt denn hier rum? Schneckenmark. Kannst du da den einfach fabelhaften Wurf machen? Ich liebe ja 5er Raid-Bosse für einfach fabelhafte Würfe. Das passt. Jetzt ist es wieder zu niedrig. Wenigstens sieht das Schneckenmark aus wie der Pullover von Matteo. Matteo, wir fahren nach Lodge. Fangen wir 25 Pokémon. Ich wollte das ja jetzt hier nicht voll machen. Ne, aber komm. Zünd mal da nochmal drauf. Also wieder in den großen Kreis. Was machst du denn? Das ist doch klein. Der kommt eh raus. Als ob der da drinnen bleibt. Der ist doch viel zu... Oh, wenn der nicht gehüpft wäre. Der ist doch... Er wehrt ab. Oh, jetzt aber... Nein! Und damit würde ich sagen, beenden wir die Sendung. Das war es von meiner Seite aus. Einfach fabelhaft. Kriegt er nicht. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr schon Matteo gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare.